Seid ihr bereit für die Top-Produkte in Sachen Skincare aus der Drogerie 2023? Ich bin es. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich habe dieses Jahr sehr viel Zeit und gar nicht so viel Geld in meine Haut investiert, um wirklich großartige Ergebnisse zu erzielen. Und ich zeige euch heute die besten Skincare-Produkte aus der Drogerie 2023. Und damit wir gar keine Zeit verlieren, geht's direkt los. Ganz wichtig, zuallererst, weil es das letztes Jahr schon passiert ist, dass ich ein bisschen Ärger bekommen habe von einigen, dass ja gar keine Produkte drin sind, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie beispielsweise Jepoda oder La Roche-Posay. Das ist für mich nicht Drogerie. Für mich war jetzt der Part, Teile, die ihr heute in der Drogerie kaufen könnt, wenn ich sie euch zeige. Deswegen, let's go. Ich habe dieses Jahr wirklich sehr, sehr viel auch über Skincare und Hautpflege gelernt und vor allen Dingen auch viele Marken noch ein bisschen besser kennengelernt. Einige kannte ich schon, einige sind für mich so ein bisschen neu dazugekommen. Und man sieht ja auch anhand der interessantesten Videos, die es aktuell so auf Social Media gibt, wie Skincare-Wild einfach nochmal einen Schub bekommen hat, weil sich viel mehr Leute mit Skincare auskennen oder zumindest behaupten, dass sie sich gut damit auskennen können. Und einfach das Interesse so ein bisschen Richtung Skincare gegangen ist. Deswegen habe ich hier wirklich viele, viele, viele tolle Produkte, die ihr sofort in der Drogerie kaufen könnt. Und wir starten auch direkt mit Produkten, die nicht so unbedingt fürs Gesicht sind, sondern eher für den Körper. Und da habe ich hier von Mixer die Ceramide Protect Hautstärkende Creme. Ich habe wirklich überall im Haus verteilt, diese Mixer-Bottiche. Dieses Schätzchen steht hier. In dem Bad hier unten steht die orangefarbene, oben in der Küche steht die lilafarbene und oben im Bad steht, glaube ich, nochmal die blaue. Also diese hier. Großartige Creme kann man wirklich für alles benutzen. Ich benutze sie nicht so häufig im Gesicht, außer zwischendrin manchmal, wenn ich jetzt keinen Bock habe, großartig eine Hautpflegeroutine zu machen. Hier sind Ceramide mit drin. Die Creme ist super leicht und parfümiert und schön schnell einziehend, was ich sehr, sehr gerne an meinem Körper mag. Ihr wisst es, ich bin nicht so der größte Freund von dem Seestern. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Ich habe ja jetzt eine andere Lösung, die das deutlich einfacher macht, aber manchmal möchte ich auch einfach eine Creme benutzen. Vor allen Dingen für die Hände, vor allen Dingen hier so ein bisschen punktuell am Hals. Und da ist diese hier wirklich großartig. 10% pflanzliches Glycerin, Squalane und Ceramide sind hier mit drin. Mixer macht großartige Produkte für sehr, 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 sehr wenig Geld. Auch diese Body Lotions, die es in dieser klassischen Body Lotion verpacken gibt, mag ich sehr, sehr gerne. Hier hast du aber einfach für einen geringeren Preis nochmal mehr Produkt. Hier sind 400 Gramm mit drin. Und die halten ewig. Also da oben in der Küche, da benutze ich sie ja jeden Tag für meine Hände. Da ist jetzt vielleicht ein Viertel oder so raus. Das ist wirklich völlig in Ordnung. Und ich liebe Cremes. Ich bin so eine Creme-Maus. Auch im Gesicht und Seren. Und ich mag diese Texturen sehr, sehr gerne. Mixer hat dieses Jahr wirklich einen großartigen Sprung gemacht. Auch in Sachen Rezepturen und wie ich die Sachen benutze. Ich bin ja nicht die größte Skincare-Skincare-Maus. Ich bin kein Skinfluencer. Ich bin einfach eine Beauty-Maus, die sich auch für Hautpflege interessiert. Und ich kann nur das bewerten, wie mein Empfinden der Produkte ist. Und das ist ein gutes Produkt. Zieht schnell ein. Meine Haut spannt danach nicht. Großartig. Ein Produkt, mit dem ich so ein bisschen auf Kriegsfuß bin, aber ich muss das einfach mit reinnehmen, ist von Jean Entlen oder Jean Entlen ohne Gedöns das Kokos-Sandelholz-Trockenes Pflegeöl. Dieses Öl, dieser Geruch, dieses Gefühl danach ist unbeschreiblich. Ich hasse, ich hasse diese Verpackung, die ist flimsi, die ist billig, die ist wirklich, wirklich billig. Aber das Öl ist unglaublich schön. Auch in Kombination mit allen Produkten. Ich bin ja so eine Duftnuss, ich liebe Duftstoffe an meinem Körper und an mir. Ich möchte den ganzen Tag riechen wie eine Zimtschnecke oder wie eine gebrannte Mangel. Ich möchte, dass du mich riechst, bevor ich den Raum betrete. Und was ich gerne mache, ist, wenn ich weiß, ich gehe irgendwo hin, dann creme ich, ich gehe duschen, dann creme ich mich ein, dann benutze ich so ein Öl, entweder das von Jean Entlen oder das von Nux, weil das schon eigenen Duft hat. Dann gehe ich mit dem Parfum nochmal rüber und dann riechst du einfach nett. Dieses Ding ist super. Es ist wirklich nicht schmierig und ich habe das im Sommer sehr, sehr gerne an meinen Beinen benutzt. Ich habe recht käsige Beine, man mag es kaum glauben, aber ich habe wirklich Beine, die sind so weiß wie meine Wand. Die sehen aber auch im Sommer gefühlt nie Tageslicht. Weil ich nicht mehr so gerne kurze Hosen trage, ich weiß gar nicht warum. Ich bin einfach raus irgendwie aus kurzen Hosen und da sahen die natürlich immer so ein bisschen käsig aus. Mit dem Öl sahen die dann aber nicht so grau aus, sondern einfach nur käsig. Mag ich sehr, sehr gerne. Für mich ist halt der Duft wirklich der Vorteil. Mit Sandelholzöl, Kokosöl, Kokosduft tropisch, direkt in die Klamotten. Ja, das stimmt. Also wirklich sehr, 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 sehr gut. Funktioniert auch gut als Massageöl. Ich bin so eine Ölmaus. Nein, ich würde auch in Öl baden gehen. Ich würde vielleicht, ach nee, wie soll ich denn das machen? Gibt es so einen Spa? Also vielleicht mache ich den selber auf. So einen Ölspa, wobei, willst du da rein machen? Rapsöl ist ja auch nicht das Richtige. Ich dachte so an so eine Badewanne voll mit tollen Ölen, wo du einfach reingehst und rausgehst und danach wie so eine Sardine aus der Dose bist. Das würde ich gerne mal machen. Äh, ich habe noch ein Produkt, was nicht fürs Gesicht ist, so ein bisschen. Das ist von Sayers. Ich habe das jetzt hier mit reingenommen, weil ich nicht wusste, in welches Jahresfavoriten ich das machen hätte machen sollen. Das ist die Augenbrauenfarbe in Dunkelbrauen. Ich hatte ja eine Zeit lang, da habe ich meine Augenbrauen blondiert, dann war es zu hell, dann habe ich sie wieder dunkler gemacht. Ich habe damit auch ehrlich gesagt das ein oder andere graue Haar in meinem Bart abgedeckt. Manchmal kommt so ein, wie so ein Pferdehaar. Also, das schießt dann raus, ist 30 Zentimeter lang und grau. So was, ne? Oder vor allen Dingen an den Augenbrauen. Großartige Farbe, ohne dass die Haut so stark mit eingefärbt wird. Es ist recht teuer, es sind aber die schönsten Farbnursen. Ich habe auch mal welche von, ich glaube, Isana war das, ausprobiert. Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu rot oder zu grün. Die von Sayers sind gut und du brauchst ja wirklich, ach, eine linsengroße Menge reicht ja für die Augenbrauen. Es sei denn, du bist Theo Weigel. Und bevor wir weitermachen, freue ich mich über eine kleine Unterstützung in diesem Video. Freunde, ganz kurz, wir müssen noch einmal über Larisée sprechen und zwar das letzte Mal dieses Jahr und somit auch die letzte Chance, nochmal 20% Rabatt auf alle Düfte bei Larisée zu bekommen. Ich wollte euch nochmal drei vorstellen. Zwei davon kennt ihr, aber der eine ist der krasseste. Ich habe ihn zufälligerweise entdeckt, ich habe ihn mir neulich bestellt, weil ich ja gerade so ein bisschen in der Findungsphase von verschiedenen Duftgeschichten für mich bin. Ich möchte manchmal frisch riechen, manchmal möchte ich riechen wie eine gebrannte Mantel und manchmal möchte ich, dass du mich einfach 20 Kilometer gegen den Wind riechst. Ich habe zwei Düfte, die ihr schon kennt. Damit ihr mal seht, das ist die 184 Best Cherry. Die schönste und verlorendste Kirsche, die ihr jemals finden werdet. Ich liebe den Duft in Kombination mit anderen Düften oder auch einfach so. Dieser Duft, inspiriert einer verlorenen Kirsche, ist großartig. Er hält extrem lange, er ist schön fruchtig, aber nicht so Richtung Frühling, sondern Richtung gemütlich Herbst, Winter. Ein ganz, ganz toller Duft, den ihr von mir auch schon kennt. Aber Larisée hat ganz, ganz viele Duftzwillinge und Duftalternativen zu den beliebtesten Düften, die ihr vielleicht schon zu Hause habt oder die euch vielleicht interessieren. Da kann ich euch auch die 188 vorschlagen. Das ist ein sehr viraler Duft, der in diesem Jahr sehr beliebt war. Inspiriert durch Praler Paradox. Er ist einfach blumig, pudrig, aber nicht zu süß, aber trotzdem sehr, sehr feminin, der einfach auch in Kombination mit anderen Düften gut funktioniert. Wenn ihr mich sehen würdet, wie ich mich morgens einparfümiere, das ist ja mittlerweile schon ein Brauch. Ich fange an mit etwas Frischem nach dem Duschen. Dann habe ich das ein paar Stunden drauf und bevor ich dann das Haus verlasse, kombiniere ich nochmal Düfte. Sehr herbe Düfte mit sehr, sehr blumigen Düften, die dann ja schon fast wie so ein Bouquet an Düften sind. Und da bin ich auf einen neuen Duft gestoßen, weil ich etwas gesucht habe, was sehr schwer, was sehr würzig, was sehr laut ist. Und Freunde und Freundinnen und Freunde, wenn ihr riechen wollt, wie eine reiche Maus vom Maximilianplatz aus München. Die 493. Das ist eine Eigenkreation von Larisée. Und das ist, ich glaube, meine liebste Eigenkreation von Larisée. Das ist Ud, das ist Leder, das ist Tabak, das ist, ja, schon fast ein Tribut an Orient. So unglaublich würzig und... Ich würde ihn nicht als maskulin beschreiben, weil ich mir den sehr, sehr gut vorstellen kann, wenn du ein krasses Outfit an hast, schöne Schuhe, schöne Tasche. Aber das, man richtig, und es gibt so Situationen, da möchte ich das. Und ich weiß, ich bin morgen, für mich morgen, gehe ich in ein sehr, 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 sehr teuer, ich glaube, das teuerste Hotel hier in Berlin zum Essen. Und ich möchte, dass die Leute mich riechen, wenn ich da reinkomme. Ich möchte, dass ich da nicht untergehe. Großartiger Duft, die 493. So ein bisschen blumig kommt auch noch mit durch. Und generell, ihr findet bei Larisée so viele verschiedene Düfte, die einfach großartig sind. Sie halten lange im Preis-Leistungs-Verhältnis nicht nur gut, sondern unglaublich. Und mit meinem Rabattcode könnt ihr nochmal 20% sparen. Und aktuell gibt es auch den schwarzen Refill gratis mit dazu. Das heißt, ihr könnt unterwegs auch immer nochmal ein bisschen nachsprühen. Ich werde das jetzt hier gleich mal umfüllen. Gibt es gratis für euch mit dazu. Also schaut gerne nochmal in die Infobox vorbei. Der letzte Rabattcode jetzt natürlich auch vor Weihnachten. Also falls ihr für euch oder für eure Liebsten nochmal eine kleine Duftsensation haben wollt, schaut gerne unten in die Infobox. Okay, wir kommen zur Hautpflege. Auch ohne große Reihenfolge. Rival Love is Me war letztes Jahr auch schon hier mit drin. Das ist das SOS Nail Oil. Pflegt und schützt die Nägel. Ich bin so eine kleine Polkmaus. Ich pule hier, ich knibbel hier. Ich habe auch so ein kleines Schärchen. Damit schneide ich es weg. Seitdem ist es ein bisschen besser geworden. Ich habe aber einfach durch das viele Schminken und das viele Auftragen von Produkten und Abschminken und Händewaschen und Gartenarbeit und alles. Ich habe halt recht trockene, spröde Nadelhaut. Das ist das beste Öl, was es gibt. Kostet 1,45 Euro wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar nur 99 Cent. Mit Mandelöl und Kollagen ist mir egal, was drin ist. Aber es ist wirklich das Beste. Es gibt ja unterschiedliche Nagelöle. Die sind ganz schnell wieder weg. Und dann ist das irgendwie komisch. Hier machst du es drauf. Du massierst es ein. Machst dein Ding. Und nach einer Stunde später ist es immer noch gepflegt. Großartiges Produkt für wirklich sehr, 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 sehr wenig Geld. Wir kommen zu Skincare. Ich gehe da jetzt ohne Reihenfolge einfach mal durch, weil ich benutze nicht alles auf einmal, sondern immer ein bisschen unterschiedlich. Isana hat dieses Jahr die Wirkstoffreihe rausgebracht. Eine großartige Reihe für sehr, sehr wenig Geld mit vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Und da ist ein Produkt vor allen Dingen bei mir hängen geblieben. Und das ist das Well-Aged Tagesfluid mit Ectoinen und Aminosäuren. Hat einen Lichtschutzfaktor von 30 mit drin. War jetzt perfekt für den Herbst oder auch jetzt noch für den Winter. Wofür ich es ganz gerne benutzt habe, ist aber so ein bisschen als Priming-Produkt. Es hat einen Lichtschutzfaktor mit drin. Du kriegst die 30 nicht mit der Menge hin, die du in dein Gesicht aufgibst. Aber es hat einen ganz, 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 ganz tollen Glow hinterlassen. Die Haut sieht super frisch danach aus. Sie zieht schön ein, hinterlässt aber so einen kleinen Film, den ich ganz vorteilhaft finde beim Make-up. Du kannst das Make-up gut auftragen und mit Ectoinen und Aminosäuren bist du da natürlich auch gut mit dabei. Und es ist super, super günstig. Generell wird es jetzt gleich recht No-Cosmetics-lastig. Und ich kann euch gar nicht sagen, also ich kann euch natürlich sagen, warum. Weil ich habe noch nie mit No-Cosmetics zusammengearbeitet. Aber ich habe dieses Jahr wirklich viele Produkte getestet und viele Produkte habe ich auch echt wieder nachgekauft, weil sie so einfach zu benutzen waren. Ich bin ja auch eine Maus. Ich will nicht eine Stunde warten, bis das eine Serum eingezogen ist. Am liebsten würde ich alles in eine Flasche füllen, mischen ins Gesicht und gut to go. Manchmal gibt es auch so Tage, da nehme ich mir wirklich die Zeit, setze mich da auch eine halbe Stunde hin und mache meine Skincare-Routine. Aber die No-Cosmetics-Produkte funktionieren auch untereinander sehr gut. Außer eins, außer eins, das ist hier trotzdem drin. Nummer eins ist der No-Cosmetics Liquid Hydrator. Schönes Produkt, habe ich mir mittlerweile sechsmal bestimmt schon nachgekauft und diesmal in der 300ml Größe. Da sparst du einfach das meiste, wenn du weißt, dass du ihn jeden Tag benutzt. Ich benutze den Tatsache auch sehr, sehr gerne an meinem Körper, weil er einfach schnell einzieht, ein schönes Gefühl hat. Ich habe auch Tatsache einen Unterschied gemerkt, seitdem ich den benutze. Das ist im Vergleich zu den anderen, Balea hat jetzt auch einen rausgebracht, Isana hat auch einen. Ich greife trotzdem immer wieder zu dem. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, das ist nur so ein Kopfding. Ich mag den gerne. Hier hast du einfach das meiste von und ist ein tolles, tolles Produkt. Auch hier Ectoin, Beta-Glucan, Aminosäuren stärken, beruhigt die Haut und spendet einfach Feuchtigkeit. Ich mische das hier immer mit einem Aven Thermalspray. Ich mache erst Aven, dann mache ich den Liquid Hydrator und dann nehme ich das Snell Mucin von COSA-X und habe so eine richtige Hydration der Haut. Wir bleiben bei No Cosmetics und zwar habe ich hier den Liquid Balancer. Ich habe ihn jetzt mal mit reingenommen, weil ich ihn jetzt das dritte Mal nachgekauft habe und ich wirklich einen Unterschied gesehen habe, seitdem ich den benutze. Durch meinen Job bin ich ja sehr, sehr schnell gereizt. Nicht nur geistig, sondern auch hauttechnisch. Hauttechnisch. Boah, wieder ein Clown gefrühstückt heute. Unterstützt das Hautmikrobiom und wir müssen noch darauf reagieren. Ich weiß nicht, ob ich es noch dieses Jahr schaffe. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann im Januar sein, dass wir auf die Trendvorschau 2024 gehen und auch auf die von vergangenem Jahr zurückblicken. Ich schwöre euch, nächstes Jahr ist das Thema der Hautpflege nicht mehr Vitamin C, nicht mehr Retinol, sondern Mikrobiom. Und das macht schon Unterschied, weil durch das ständige Schminken und Abschminken, was ich ja habe, helfe ich meinem Mikrobiom der Haut nicht. Und das ist ja was Gutes. Das Mikrobiom ist was Gutes. Es gibt auch gute Bakterien. Und das macht schon Unterschied, weil es sehr, sehr gut beruhigt. Ich benutze das mittlerweile ganz gerne als Toner. No Cosmetics, etwas teurer in der Drogerie. Okay, trotzdem ein großartiges Produkt. Wir gehen mal kurz zu L'Oreal und diese zwei Produkte. Ich habe sie euch dieses Jahr wirklich rauf und runter gehypt und ich schwöre drauf und ich würde sie auch immer wieder weiter bewerben. Auch wenn ich unter diesem Video wirklich zerrissen wurde, wie ein Stück Taschentuch von einem Hund auf der Straße. Wow! Was ich dieses Jahr, also ich mache den Spaß hier schon lange, aber was ich dieses Jahr abbekommen habe an unverständlicher Kritik. Ich habe ja nicht, ich habe ja keinen Skandal gehabt, sondern ich wurde einfach trotzdem zerrissen. Unter anderem auch unter diesem Video. Nichtsdestotrotz, es ist mir egal, ich schwöre auf diese beiden Produkte. Für mich das beste Vitamin C, was man kriegen kann, weil ich vertrage es halt wirklich sehr, sehr gut. Ja, es oxidiert recht schnell. L'Oreal sagt, es funktioniert trotzdem noch. Ich benutze es einfach wieder. Ja, also man muss es wirklich, wirklich zumachen. Es ist ein bisschen schwierig, das einfach so zu benutzen, wenn es schnell oxidiert. Es funktioniert dann aber noch. Ich habe zumindest keinen Unterschied gemerkt, wenn es schon oxidiert ist. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag das Gefühl auf der Haut. Ich mag den Glow danach auf der Haut. Aber was mir aus dieser Reihe halt einfach noch besser gefallen hat, ist das Anti-Aging, Anti-UV Fluid Lichtschutzfaktor 50+. Weil es einfach unter dem Make-Up großartig funktioniert hat. Meine Augen haben nicht getränt. Ich habe keine Unterlagerung unter meiner Haut bekommen. Die Kombination, das, das, Make-Up, gar kein Problem. Wirklich großartiges Produkt. Und für mich auch, ja schon fast der Gewinner des Jahres ist dieser Lichtschutzfaktor. Ja, ich glaube, das ist sogar der Gewinner des Jahres. Es weiß nicht, wie vielte Flasche das ist. Die siebte dieses Jahr. Wir gehen zurück zu No Cosmetics. Und zwar habe ich hier den AHA PHA Peeling Cleanser. Ich habe jetzt den mit reingenommen und den anderen nicht, weil ich den nicht mehr neu habe. Und den habe ich jetzt hier aus der Aufgebraucht-Kiste wieder mit drin. Der neue ist noch in der Schublade. Den habe ich jetzt am Abend aufgebraucht. Das ist das Leichtschäumen durch chemische Peeling, sanfte Reinigung, Hauterneuerung. Das ist, also das und das von Isana würde ich bei einem Blindtest keinen Unterschied merken. Das ist nur so ein Kopfding. Greife ich hierzu sehr, sehr gerne. Großartig. Nach dem Make-up entfernen, dieses Ding. Ich mache meistens abends in der Dusche schon recht viel Skincare. Ich dusche mich, mache die Haare. Dann schäume ich mir das Gesicht hier mit ein und lasse das drauf, bis ich mich durch einmal abgeschrubbt habe. Und dann nehme ich das ab. So hat das AHA und PHA wirklich ein bisschen Zeit in die Haut zu kommen, zu arbeiten und dann abzunehmen ohne Hautreizungen. Nein, ganz, 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 ganz toll. Habe ich auch schon oft nachgekauft jetzt. Egal ob das oder das, je nachdem was gerade verfügbar ist. Auch da hatten wir dieses Jahr wirklich echt ein paar Probleme. Sowohl beim Einkaufen als auch in der Drogerie. Mit Produkten, die es nicht so einfach oder immer wieder regelmäßig gab. Mag ich aber gerne. Und ich merke auch, ich habe ja dieses Jahr meine Hautfliegeroutine wirklich massiv ausgebaut. Ich habe dieses Jahr, dieses Jahr war das erste Jahr seit einiger Zeit, dass ich wirklich, ich glaube, ich war nur einmal bei der Kosmetik und sonst nicht mehr. Sonst habe ich immer gewusst, okay, jetzt muss ich irgendwann mal, weil ich doch so ein paar Unterlagerungen unter der Haut habe und das gerne einfach entfernt haben wollte. Habe ich dieses Jahr, glaube ich, nur einmal gemacht zum Anfang des Jahres. Und dann hat es einfach irgendwie nicht mehr gepasst. Das hat jetzt aber auch nicht gefehlt. Und ich meine, es liegt an, oder ich weiß, dass es einfach daran liegt, dass ich dieses Jahr ganz, 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 ganz viel über meine Haut gelernt habe. Auch über meine Hautbedürfnisse gelernt habe und mich mit meinem Gesicht einfach mal auseinandergesetzt habe und nicht mehr darauf gehört habe, was mir irgendwelche Skinfluencer sagen, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Ich habe einfach auf meine Haut gehört. Hört auch bitte einfach auf eure Haut und ihr kennt eure Haut am besten. Montags mache ich dies, donnerstags mache ich das. Manchmal mache ich auch alles zusammen und einen Tag nehme ich auch einfach nur so ein Bottich-Creme und knall mir den ins Gesicht. Und ich habe trotzdem eine gute Haut, weil es dieser Ausgleich ist und ich natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Produkte hier habe, mit denen ich dann immer recht schnell reagieren kann. Ich habe aber noch ein Produkt von No Cosmetics, was, ich weiß nicht, was das Problem ist und was daran schief läuft, aber damit kann ich leben. Und das ist die Hypersense Pink Power Cream. Diese Creme ist mit Indirubin und Panthenol Rapid Skin Improvement Anti-Redness-Effekt-Formel. Dafür benutze ich sie eigentlich ganz gerne. Ich finde die ist schon fast so ein bisschen medizinisch. Die kommt auch hier in so einem Alu, Alu, in so einer Alutube. Das Problem, was ich hier mit habe, ist, dass egal was ich benutze, die krümelt. Also die macht diese Würstchen. Egal, ob ich nichts drunter habe oder ob ich 100 Skincare-Produkte drunter habe, es ist völlig egal. Es ist aber gar nicht so schlimm, weil ich manchmal abends, ne, es gibt so Tage, da mache ich wirklich das volle Programm. Ich starte mit, äh, komplettes Gesicht rasieren. Da mache ich ein Peeling, da mache ich eine Maske, da mache ich dies, da mache ich das. Wirklich so ein, so ein Skin Reset. Und dann mache ich aber auch fünf Tage danach gar nichts mehr, ne, was Actives und so sind. Und dann wirklich einmal so ein, also wie so, ich fühle mich dann in dem Moment immer wie so eine Schlange, die, äh, weiß ich nicht, einmal die Woche häutet oder so. Und dann ist die Haut natürlich einfach rot. Und ihr kennt mich ja, sobald ich hier nur ein bisschen zu doll drücke, kriege ich schon rote Flecken in meinem Gesicht. Und diese Creme, ich weiß nicht, was die hier reingemacht haben. Ich weiß es wirklich nicht. Aber du machst es in dein Gesicht und zehn Minuten später ist die Rötung weg. Als, wirklich, als würde sie dir das, die Röte aus der Haut ziehen. Sie krümelt halt. Kann ich mit leben. Wenn ich, das ist super relatable. So, ich mache meinen, 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 meinen Schlangenpeeling so ungefähr hier. Und dann bestellen wir uns was zu essen. Und wenn dann das Essen geliefert kommt, will ich halt nicht aussehen, als hätte ich mich gerade, weiß ich nicht, geprügelt oder so. Und da hilft die sehr, sehr gut. Auch so hilft die sehr, sehr gut. Sie krümelt halt einfach nur. Liebes NoCosmetics Team, sie krümelt. Zu guter Letzt noch eine Augencreme, die ich noch mit euch auf den Weg geben will. Und das ist von Asam die Resveratrol Augencreme. Die habe ich jetzt mit reingenommen, weil ich die Resveratrol Reihe am aller, allerliebsten von Asam im Moment mag. Und die ist ganz besonders. Also erstmal, das sind glaube ich 50 Milliliter, 30 Milliliter. Die ist ganz besonders. Die mag ich sehr, sehr gerne unter Make-up, wenn ich nicht so viel Make-up tragen möchte. Die ist sehr, 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 sehr fliegend, zieht super schnell ein. Sie hat aber Schimmerpartikel mit drin. Und das sorgt dafür, dass es optisch schon mal deutlich, deutlich heller unter den Augen wird. Und einfach so ein schönes, frisches Gefühl hat. Man darf nicht zu viel auftragen, weil sonst hast du wirklich so silberne Glitzerpartikel im Gesicht. Aber so eine ganz, ganz dünne Schicht auch in Kombination mit einer anderen Augencreme sehr, sehr gut. Ich mische die meistens mit der von Ole Henriksen, diese Banana Bright Creme. Die hat nämlich Gold mit drin, also so goldene Schimmerpartikel. Die hat silberne und zusammen sieht das sehr, 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 sehr schön aus. Der Vorteil, weswegen ich die Augencreme benutze, ist, die Haut unter den Augen ist danach auch einfach sehr, 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 sehr weich. Und das, Freunde, war wirklich eine schnelle, runde Skincare-Favoriten aus der Drogerie. Seht ihr da? Hier habe ich den roten Fleck. Könnte ich jetzt gleich hier die Creme drauf machen. Ihr süßen Meuse, ich bin super, super gespannt, welche Skincare-Favoriten ihr dieses Jahr für euch entdeckt habt. Als kleine Erinnerung, schaut doch gerne nochmal in die Infobox vorbei. Dort habe ich euch alle Informationen verlinkt, die ihr braucht, um noch ein bisschen was zu sparen. Schaut da also gerne vorbei. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal. Ja.